Mein Name ist Jens Hübner und heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit Aquarellstiften skizziere. Aquarellstifte oder wasserlösliche Buntstifte gibt es in mehreren Ausführungen. Ich habe hier einen Faber Castell Albrecht Dürer Stift. Ich möchte mal drei Anwendungen zeigen. Zum einen kann ich damit in ganz herkömmlicher Weise meine Schwarz-Weiß-Skizzen kolorieren, wie ich das hier mit meinem Fahrrad gemacht habe, was ich für eine Tour durch Tansania präpariert habe und dann anschließend skizziert habe und die Kolorierung, das Gelb des Rahmens, die grünen Packtaschen habe ich mit so einem Aquarellstift koloriert und zwar aus dem Grunde, weil diese Aquarellstifte sehr viel weicher sind als herkömmliche Farbstifte, wie zum Beispiel die hochwertigen, auch sehr hochwertigen Polychromos. Aber der Abrieb erfolgt bei gerade solchen glatten Papier, wie ich es hier verwendet habe, sehr viel besser mit Aquarellstiften. Also hier bin ich gar nicht mit Wasser reingegangen. Hier habe ich diese Aquarellstifte trocken genutzt, weil sie so ähnlich wie Wachsstifte funktionieren. Ein zweites Beispiel aus dem Wartezimmer beim Arzt. Ich habe hier gewartet, ich habe mit einem Orangeton das Papier strukturiert, habe eine Schraffur draufgegeben, habe das mit einem Pinsel feucht gemacht und verschmiert, sodass ich einen Hintergrund, einen lasierenden Hintergrund hatte und habe anschließend, nachdem das getrocknet war, die Details reingezeichnet, die Leute, die hier gewartet haben und etwas mit einem dunkleren Stift akzentuiert. Also hier trockene und feuchte Anwendung realisiert. Später habe ich mir einen Stempel geben lassen, das Datum hingeschrieben und so weiter. Und eine dritte Anwendung ist einfach die Idee, die Aquarellstifte als Farbkasten zu nutzen. Also ich habe jetzt hier am Rand mir Aquarellstiftfarbe aufgetragen und bin dann mit dem Pinsel rangegangen und habe hier wie bei einem normalen Aquarell damit aquarelliert. Ich habe hier zwei Farben verwendet, einmal Ocker und einmal dunkelblau und habe damit diese Flusslandschaft koloriert, aber auch aquarelliert. Also hier habe ich nur wenig, zum Abschluss hier ein paar Details mit dem Aquarellstift reingegeben. Also so kann man diese Stifte auch quasi anstatt eines Aquarellkastens dabei haben. Bei der Anwendung von Aquarellstiften begrenze ich mich auch auf wenige Farben. Zwei nehme ich besonders gern. Das ist dieses Indigo Dunkel und Cadmium Orange. Alle Materialien schreibe ich auch nochmal unten in die Beschreibung des Videos. Und diese beiden Farben, diese beiden Stifte kann man nicht nur anlösen, sondern man kann sie auch sehr schön mischen zu Grautönen, sodass man brillante Töne hat. Einen kalten, brillanten Ton, das Blau einen sehr warmen, intensiven Farbton, das Orange. Aber gemischt sieht man hier sehr gut, wie es kühle und warme Grautöne und Zwischenstufen gibt. Zum Abschluss möchte ich nochmal einen Aquarellkarton empfehlen, der für Aquarellstifte ideal geeignet ist. Ein Produkt der Firma Bösner. Zwar ist auf dem Titelbild ein Aquarell, was übrigens von mir ist, aber für Aquarell, reine Aquarelltechnik ist es gar nicht so geeignet, sondern mehr für Aquarellstifte. Die Oberfläche ist rau an der Vorderseite, die ich jetzt gerade schraffiert habe und ich habe es geknickt, um die Hinterseite zu zeigen, denn die ist matt und dieses relativ weiche Papier, was auch übrigens sehr preiswert ist, ist ideal geeignet für diese Aquarellstifte. Hier sieht man nochmal links die matte Hinterseite, vorne die raue Rückseite und das ist der Block, den empfehle ich für das Zeichnen mit dem Aquarellstift.